Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Digitalisierung unserer Verwaltung ist ein trauriges Schauspiel in vielen Akten und die Drehbücher dazu, die haben recht illustre Namen. Das E-Government-Gesetz, und hier stellt sich gleich die Frage, warum Namen deutscher Gesetze unbedingt aus Anglizismen bestehen müssen, ist einer davon. Dessen jüngster Erfolg ist die Umsetzung der dort geforderten und im Internet üblichen digitalen Zahlungsverfahren, auch für E-Government-Angebote. Mit der Software ePayBL steht den Behörden nun nach langer Entwicklungszeit eine leistungsfähige E-Government-Basis-Komponente für den Zahlungsverkehr zur Verfügung. Platt gesagt, hochbezahlte Experten haben sich mittels unserer Steuergelder auf den Weg gemacht, Paypal noch einmal neu zu erfinden. Das im August 2017 in Kraft getretene Online-Zugangsgesetz ist ein weiteres solches Drehbuch. Es verpflichtet Bund, Länder und Kommunen bis zum Jahr 2022, sag und schreibe 575 ihrer Verwaltungsleistungen digital anzubieten, Um den Start in die Verwaltungsdigitalisierung zu organisieren und um den Artikel 91c unseres Grundgesetzes umzusetzen, wurde schon 2010 in einem Vertrag zwischen Bund und Ländern die Errichtung des IT-Planungsrates vereinbart. Wir nähern uns damit den Akteuren des Schauspiels. Neben dem IT-Planungsrat kümmert sich außer den diversen Einheiten auf Landesebene noch der Digitalrat, der IT-Rat, die Datenethikkommission und Teile des Bundesverwaltungsamtes um unsere deutsche digitale Zukunft. Über alledem, gleichsam als Krone der deutschen Digitalkompetenz, das schwebt, das Digitalkabinett. Natürlich inklusive Kanzlerin. Der Vorsitz liegt allerdings bei Dorothee Bär, verdiente Weggefährtin hier anwesender und ministrables Aushängeschild der, genau, der deutschen Gaming-Szene. Der hier vorliegende Antrag auf Zustimmung zum Staatsvertrag macht dennoch Sinn oder gerade deswegen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass sich die nun FITCO getaufte Anstalt des öffentlichen Rechtes dabei durchsetzen kann, Kompetenzen zu bündeln und Ressourcen zu schonen. Besonders sei der künftigen Leitung dieser Anstalt Erfolg bei der Suche nach dem notwendigen, hochqualifizierten Personal beschieden. Die im § 6 des Vertrages aufgezeigte Möglichkeit zur außertariflichen Gestaltung von Arbeitsverträgen bitten wir dabei, möglichst verantwortungsvoll umzusetzen. Als Sitz der neuen Anstalt hätte uns eine strukturschwache Gegend des Bayerischen Freistaates wesentlich besser gefallen als Frankfurt. Wir bitten die Staatsregierung deshalb dringend darum, ihre Verhandlungsstrategie zu überprüfen und künftig im Sinne der bayerischen Bürger anzupassen. In der Sache stimmen wir als AfD-Fraktion dem vorliegenden Antrag der Staatsregierung zu. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.